Hebel, 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 Hebel. Da ist ein Hebel, da ist ein Hebel, da ist ein Hebel, da ist ein Hebel. Oh, lauf doch ein bisschen schneller, Mädel. Da ist ein Hebel. Oh, mal gucken, ob ich den... ...ob ich den von hier schon sehe. Ich muss den gleich erwischen scheinbar. Ah, da können wir von hier... Okay. Okay. Das wäre geschafft. Oh, das läuft. Zum Heilen habe ich jetzt zwar... Ah, da. Okay. Sorry, Kleiner. Du bist zwar süß auf deine eigene Art und Weise. Aber jetzt muss ich grad mal ein bisschen egoistisch sein. Schuss und Zehn. Zehn Munition. So, ich will hier verflucht nochmal raus hier. Ja, die Nase voll. 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 Du bist eine그램 Dentist. Sie sind verschwinden. Die Nase voll. Wie kommt denn das in die Haut? dealt mir sehr gut in ein Leben? Äh. fiance nenryk queducióngeräusche. Na, ich seh dich doch, komm. Scheiß auf den Helm. Ich bin Rambo. Oh nein, Russ, diese Leute haben automatische Weapons. Sie sind Helium Kommandos, natürlich haben sie automatische Weapons. Wir haben sie auch, aber die Weapons sind Gene-Coded, so aus der Glück. Unless du einen finden, dass es unbondet ist, oder du hast eine kleine Genetik-Modifikation. Ich bin gut, Russ. Ich werde nur mit diesen Genen, die ich habe. Ich bin zwar zufrieden mit der Pistole, aber ich werde ein bisschen zufrieden mit der Munition. Mit euch ist das eine auf jeden Fall. Also schleichen kann ich. Nichts? Oh, Mann. Na gut. Guck mal, ob ich das Laser-Visier jetzt haben kann. Bezweifle es. Oh, Mann. Schauen. Ach, come on. Fünf. Das ist auch nicht schlecht. Muss ich nicht zu viel nachladen. Na, komm. Oh, Mann. Wow. Meine Brücke ist ziemlich gut. Raps, komm an. An dieser Stelle ist es unsere Brücke. Bl сама. Ja, gut. Wumä, wumä. Oh, da geht's los. Und schon. Nimm mal das. Ich hab keine Ahnung, was ich da getroffen hab, aber ich hoffe, es lebt noch. Ich hab keine Ahnung, was ich da getroffen hab, aber ich hab keine Ahnung, was ich da getroffen hab. Ich hab keine Ahnung, was ich da getroffen hab. Hm, dann nicht. Energie ist voll. Ja, da geht's weiter. Dich lass ich in Frieden. Okay. Where am I? Ok. Wir sind in Frieden. Das war's! Spitz! Get down! Ah, dieses Scheiß-Ding! Ah, bleibt immer mit der Hand da hängen! Das machen wir mal 10. Super! Ah! Wahrscheinlich hätte das besser gewesen. Okay, bis zum nächsten Mal. Aber ich glaube, das war noch nicht alles. Mal gucken, ob ich hier noch ein bisschen Polymer finde. Ich empfinde wenigstens ein bisschen Munition. Okay, ich schätze mal, da müssen wir hin. Das ist gerade die Mitte meines... Immer die Mitte suchen. Jetzt keine Ahnung. Wie der... Wow! Dreck! Scheiße! Scheiße! Sack! Oh, fuck, ey! Oh! 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 Das war ja mal peinlich! Toll! Eins! Also... Ja, das war peinlich! Das war mehr als peinlich! Nixens... Nichts! Gar nichts! Hadi! Hier ist auch nix! Ich meine, das ist ein bisschen ruhiger jetzt. Und Munition gibt's auch noch obendrauf. Ja, ich glaube, ich bin zufrieden jetzt. Ja, andere würden jetzt sagen, nimm doch einfach die Flinte! Und dann... Geh ganz nah! Und dann... Bam! Ne... Ist nicht meins. Ich bin nicht... Achso... Ich dachte, das sei Munition. Ich bin nicht dieses... Dieser Type of Mensch. Hm... Auch wenn's genug Munition dafür gibt. Sorry, Kleine. Ich brauch dich grad wirklich. Jetzt geht's mir schon viel besser. Okay, also ich schätze mal, da geht's weiter. Gucken wir gleich mal. Da ist ein Kontrollstation Override nearby. Da ist ein Kontrollstation Override. Da ist ein Kontrollstation Override nearby. Okay, dann hier. Und hier. Gucken wir mal, ob wir von oben hin kommen... Bingo. Okay, also da geht's weiter. Wir gucken uns erstmal... Ich wusste, es ist Polymer, Taschenlompe, wenn nicht schlecht, nein. Na gut, was noch mal, 50 Schuss. Kannst du bitte noch langsamer laufen? Ja, das ist der Terminal da. Ich bin da. Aber schnell. Dich brauche ich gleich. Guck mal noch. Und das schwendet hier um. Boah, warum erschreckt ich mich überhaupt? Oh, komm schon, dreh dich um. Lebt der kleine Frechtax auch noch. Boah, nee, die hasse ich. Der hat keine Spuren. Äh, manchmal ist hier gar nicht mal so schlecht. Äh. Musste man die, ähm, nicht... Nein? Okay. Was ist das überhaupt? Was ist das überhaupt? Und was ist das? Okay. Das wird fancy scheinbar. Wow. So, wahrscheinlich muss das... Okay, Essie. Halt mir meine Hand. Was soll das brauchen wir? Stirn mir alles neu. Hier hin oder was ist das mit der Ratte? Blup. Ernsthaft? Ah. Toll. Zwei Stück. Guck mal. Wahrscheinlich stelle ich mich jetzt wieder richtig dumm an. Ich stelle mich richtig dumm an. Dass man das nicht bewegen kann. Auf jeden Fall kann ich den mit dem... Der geht mit dem, dann wird wahrscheinlich der... Ah ja. Dann könnte ich... Ja. Okay. No worries. The train is coming. Just get me in. It'll only take a second. You're doing great. Yep. Doing great. No worries. No worries. No worries. No worries. Quick save. Okay. Now just re-engage the system. Puh. Oh. Is this supposed to come off? Ernsthaft? That's the opposite of what it's supposed to do, Alex. What do I do right now? Ah, well, don't panic. We'll stop panicking if you are. I'm not panicking. Yes, but I am. We need to find another way to stop this train. Okay. Ähm. There must be another way to stop this train. Well, stop looking. We don't have much time. Ähm. Look for a switch. Hebel, Hebel? Was für ein scheiß Hebel. Look for a switch. Nehemianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianianian Schau an, wir müssen den Tränen stoppen! Da ist ein Hebel, da ist ein Hebel, da ist ein Hebel, da ist ein Hebel! Oh, lauf doch ein bisschen schneller, Mädel! Ja, 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 ja! Okay, okay, okay! Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah! Ja, ich suche einen Weg! Da kann ich nicht rein! Wahrscheinlich... Ja, ich suche einen Weg! Ja, ich suche einen Weg! Da kann ich nicht rein! Ja, wahrscheinlich... nicht da rein! Ja... Ah! Was der Hebel ist? Warums ¡Für Sie?! Ich weiß nicht, ob Sie eine Zeit machen wollen? Ja, nein, ich weiß nicht, dass ich die von früher nicht gesehen habe. Ah! Was sind die Ä substitute? Ich weiß nicht, ob Sie die ätteren müssen? Ja gut, das passt noch. Oje oje oje. Aber Hauptsache der Strom geht noch. Haben sie Munition? Nein? Okay. Oh, hallo. Ganz ruhig. Du bereit? Dr. Give me your hand. Niiice! Oh, hallo. Alex fans, I am coming to hell, as I said I would. Thank you. Danke. Okay. Just stay there. I'm gonna figure out how to get over to you. No! Alex, listen. The thing I found is some sort of super weapon. A super weapon? It's something big. They got it here in the QZ in some kind of vault. But they're about to move it. Where I don't know, but it's going to be soon. Then we gotta steal it before they do. Yes! And look, look. I managed to pocket this combine data box. If I can decrypt it, we can figure out how to use their weapon against it. So what's the plan? You head to the vault. I'll take this thing back to Russell's and get to work. Wait, where is the vault? Dad, where's the vault? Look to the northern star. Uh, yes. Look to the star. Got it. Dad? It's right in the middle of the QZ and it's big. Get above ground and see what you can find. I will accompany the Eli Vance and ensure his safety. Great. Thank you. Dad, I'm gonna go find his vault. Okay. Go! Stay safe, baby. I love you. I love you, too. I love you, too. I love you, too. Thank you. Hm. Where'd I get him? Hey, Russ. Keep an eye out for Dad, okay? I'll let you know if he gets here. Oh, when? When he gets here. Okay. What? How has he left? Exactly. Clear, the dark. It's gonna be tanger. Hey, hold on. Okay, Susanna. Oh, boy. Looks like we have 50 mana- sand. Hier ist bestimmt Polymeer, also hier ist bestimmt Polymeer, alles volle Zeug und nein hier ist kein Polymeer, nicht mal ein bisschen. Und hier ist es ein bisschen, ein bisschen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017